Das hat sich genauso wie die Technik sich sehr, sehr schnell weiterentwickelt hat, also wie zum Beispiel das Handy oder Mobiltelefon, so hat sich auch dieser Bereich im Personalbereich oder Stellenanzeigen natürlich sehr stark weiterentwickelt. Hallo und herzlich willkommen zum KrügerCast. Mein Name ist Maximilian Krüger und ich habe heute an meiner Seite die Monika Mahns, Head of Recruitment und auch Mitglied eines Management Boards der Circe Deutschland SE. Und wir schauen uns heute einmal an, wie sich der Arbeitsmarkt oder der Bewerbermarkt in den letzten Jahren verändert hat. Erstmal hallo und herzlich willkommen. Freut mich, dass du heute hier bist. Ja, vielen Dank, Max und herzlichen Dank nochmal für die Einladung heute hier wieder nach Hamburg. Schön, wieder dich zu sehen und ja, interessante Themen und bin sehr gespannt, was wir heute hier so kommunizieren und sicherlich den Zuhörern sicherlich einige spannende Themen aus unseren beiden Bereichen mal offenlegen können. Ja, und wir sollten, glaube ich, besser nicht sagen, an welchem Tag wir heute hier sind, weil das mal wieder ein Sonntag geworden. Aber das kennt man von uns beiden ja schon. Ja, es hat sich gut angeboten. Da sind wir direkt auf die Idee gekommen, vor zwei Tagen an einem Freitag. Nein, heute soll es ja einmal darum gehen, was hat sich in den letzten Jahren oder auch Jahrzehnten, über die du ja mittlerweile schon berichten kannst, was hat sich in der Zeit verändert und wie nimmst du den Bewerbermarkt heute wahr? Ja, sehr spannendes Thema, Max. Also danke für das Intro. Der Arbeitnehmer- oder Arbeitgebermarkt hat sich sehr stark, vor allen Dingen nach Corona, sehr stark verändert. Das werden sicherlich viele Zuhörer oder auch Zuschauer selber erlebt haben, selber gemerkt haben oder auch teilweise davon betroffen sein. Wir haben noch vor Corona-Zeiten ganz klassisch von einem Arbeitgebermarkt gesprochen. Den haben wir heute nicht mehr. Es hat sich also komplett gedreht. Es ist einfach auch geschuldet, wie gesagt, auch der Pandemiezeit. Wir sind an sich, nachdem also so langsam das Leben wieder anfing zu laufen und auch das unternehmerische Leben wieder angefangen hat zu laufen nach der Pandemie, ist es sehr, sehr stark ein Arbeitnehmermarkt geworden. Und dieser Arbeitnehmermarkt heutzutage stellt natürlich solche Personalabteilungen, Recruitingabteilungen in vielen, vielen Unternehmen, wie auch bei unserem Unternehmen natürlich für eine sehr, sehr starke Herausforderung. Und auch die Kommunikation mit den Bewerbern hat sich eben auch sehr, sehr stark verändert. Viele kennen es vielleicht, haben es auch gelesen. Wir sprechen heute auch von der Generation Z, die man nicht mehr außer Acht lassen darf. Viele, viele Arbeitnehmer gehen in den nächsten Jahren in die Rente. Viele, viele junge Leute sind teilweise in vielen Berufen noch nicht hinterhergekommen. Und deswegen ist es umso wichtiger, dass wir heute auch als Unternehmen oder alle Unternehmen oder auch wir in unserem Unternehmen natürlich das nicht außer Acht lassen und entsprechende Strategien, Konzepte dafür entwickeln und vor allen Dingen natürlich auch in den Dialog mit diesen Bewerbern, auch dieser neuen Generation gehen und versuchen eben auch zu schauen, was sind ihre Wünsche, was sind ihre Bedürfnisse und wie können wir uns als Arbeitgeber auf diese neuen Marktsituationen eben einstellen. Ja, da hat sich unglaublich viel verändert. So wie du es auch gesagt hast, den Arbeitnehmermarkt haben wir bei Krüger Consulting immer mit dem Bewerbermarkt geclaimt. Und ich sage immer sehr gerne an einen Bauleiter, der heute von der Arbeit aus nach Hause fährt und er merkt, dass er mit seinem Chef nicht zufrieden ist, der findet sofort fünf Opportunitäten, wo er wahrscheinlich anrufen könnte und schon auf Basis von einem guten Telefonat eingeladen werden würde. Und mit diesen Herausforderungen hat man ja heute zu kämpfen. Das resultiert ja irgendwo in der Angebotsvielfalt, die man im Bewerbungsprozess merkt, wo dann vielleicht Entscheidungen bewusst herausgezögert werden. Thema Ghosting, ich glaube vor zehn Jahren gab es das nicht im Bewerbermarkt. Thema Überbieten und... Ja, du sprichst gerade schon sehr, sehr viele Themen an, die uns, also auch meine Abteilung immer wieder auch natürlich vor sehr starken Herausforderungen stellt. Das ist ganz klar. Also um jetzt mal der Reihe nach, was du gerade so in den Raum geworfen hast an Themen eben, um das mal kurz zu erläutern. Also wir haben tatsächlich heute die Situation, wenn du sagst, ich habe jetzt, ich komme jetzt mal aus unserem Beispiel auch, du hast einen Bauleiter und der ist eben unzufrieden. Dann hat er nicht sogar vier, fünf Optionen inzwischen bei anderen Firmen, sondern man kann heute sagen, das bewerten also auch, oder ich sage jetzt mal, das sehen wir auch an vielen Auswertungen von namhaften Instituten, die wir natürlich auch immer in regelmäßigen Abständen bekommen. Inzwischen sieht es in der Baubranche oder auch im Bereich der Telekommunikation, wo wir Bauleiter eben im Glasfaserbereich, im Tiefbaubereich suchen, eben aus, dass inzwischen zehn bis 15 Firmen um einen Mitarbeiter natürlich werben. Das heißt, der Wettbewerbsdruck auch für uns als Unternehmen ist sehr, sehr groß. Und das birgt natürlich auch das, was du gerade sagst schon, das war eben auch der zweite Punkt, den du genannt hast, ein sehr, sehr großes Risiko. Also viele Unternehmen, wir haben in vielen Bereichen zu wenig Mitarbeiter, das ist so, oder wir kriegen eben nicht in der Schnelle diese Mitarbeiter nach. Darum ist es umso wichtiger heutzutage, auch gerade für Recruitingabteilungen oder Personalabteilungen, sehr schnell die Bewerbung entsprechend zu bearbeiten. Ich muss sagen, hier gilt es inzwischen eine Faustregel. Man sollte den Bewerber innerhalb von mindestens 48 bis 72 Stunden schon kontaktiert haben. Aber was viel, viel wichtiger ist, ist heutzutage eben auch, und das stellen wir als Unternehmen auch fest, diese Preisspirale und auch diese Gehaltsspirale, die sich derzeit immer weiter nach oben dreht. Und aufgrund, sage ich jetzt mal, dieser Verknappung des Marktes an guten Bewerbern, an guten Fachkräften einfach oder auch gut ausgebildeten Kräften, die können inzwischen leider, das leider meine ich jetzt nicht despektierlich, sondern einfach im Sinne der Unternehmen fast jedes Gehalt aufrufen. Und jeder kämpft um diese Bewerber inzwischen einfach, indem man sagt, ich zahle eben 20 Prozent mehr, 30 Prozent mehr. Und wir haben hier einfach eine sehr, sehr gefährliche Entwicklung, auch für die Unternehmen und auch unsere Mitbewerber. Da diese, oft diese Bewerber, sage ich jetzt mal sagen, das mache ich drei, fünf, sechs, sieben, acht Mal. Ich bleibe bei einem Unternehmen eben bis zur Probezeit und dann gefällt mir da der Chef nicht oder, sage ich jetzt mal, der Mitarbeiter nicht. Und aufgrund dieser Verknappung eben dieser Fachkräfte kann da inzwischen, können da Gehälter aufgerufen werden, die an sich nicht den, sage ich jetzt mal, Gehaltsspannen, die üblich sind oder die auch weiterentwickelt werden der Unternehmen. Und die Unternehmen können die teilweise auch, auch kleine Unternehmen, gar nicht mehr nachverfolgen. Und das führt eben dazu, dass viele Kandidaten leider, muss man auch sagen, eben sagen, okay, ich mache so ein Job-Hopping, alles halbes Jahr, dann verdiene ich da wieder 2.000 Euro mehr, dann verdiene ich da wieder 2.000 mehr. Klar, so kann man sich natürlich auch eine Gehaltserhöhung verdienen. Frage ist, wo steht der Kandidat in zwei, drei Jahren? Hat das langfristig Zukunft? Und das ist schon eine große Herausforderung, vor denen wir alle als Unternehmen natürlich auch stehen, auch jeglicher Branche. Das ist eben einfach so. Und das ist eben auch die Krux jetzt im Moment dieses Arbeitnehmermarktes. Oder was sicherlich gut ist, sage ich jetzt mal, dadurch hat es natürlich auch einen positiven Aspekt gehabt. Der positive Aspekt ist, dass man oder dass die Unternehmen natürlich auch genauer hinschauen, wie kann ich die Bedürfnisse, auch die Wünsche meiner Mitarbeiter besser berücksichtigen. Alle, ich meine, alle kennen das Wort Work-Life-Balance, Home-Office, Remote-Arbeiten. Das sind alles so Sachen, die hätten wir uns alle vor der Pandemie nicht vorstellen können. Sicherlich auch schwierig für Unternehmen, die im Produktionsbereich sind, ganz klar. Also ich kann zum Beispiel auch, ich spreche jetzt einfach auch aus unserem Unternehmen, ich kann natürlich schlecht eine Baustelle irgendwo aufreißen oder Gräben aufreißen, um das Glasfaserkabel zu legen, wenn der Bauleiter oder auch die Mitarbeiter aus dem Straßenbau Remote arbeiten. Das geht leider noch nicht. Also solche Computerspiele gibt es zwar, aber leider ist dann das Glasfaserkabel nicht. Ja, aber dafür macht ihr ja komplett andere Sachen. Also davon ihr ja auch gesprochen habt, schon vor zwei Tagen, als ich bei euch vor Ort war. Sei es, dass man die Geschäftsprozesse auf der Baustelle digitalisiert, dort Papieraufwand abnimmt, dann natürlich auch dafür sorgt, dass vielleicht eine Einsatzplanung so ist, dass der Mitarbeiter nicht mehr permanent Überstunden machen muss, vielleicht immer in richtiger Besatzung auf der Baustelle ist. Dass dann auch nicht man an dem gleichen Tag nochmal die Baustelle wechseln muss und dass man da halt dementsprechend auch gute Arbeitsbedingungen hat. Und das ist ja dann die Work-Life-Balance im Produktionsbetrieb. Absolut, Max. Also danke für den Aufschlag, für den Ball übers Netz. Nein, absolut richtig. Und weil es so Sonntag ist, sind wir heute auch, glaube ich, hier sehr entspannt. Nein, das ist genau richtig und das sehen wir als Unternehmen auch. Und wir haben das auch schon kurz nach der Pandemie gesehen. Und vielleicht darf ich an dieser Stelle auch nochmal erwähnen, wir sind nicht umsonst gerade auch vor ein paar Tagen, ich hatte es ja bei uns im Büro erzählt, ausgezeichnet worden als Arbeitgeber der Zukunft. Und wir sind vom Bundesministerium für Digitalisierung und Innovation ausgezeichnet worden, haben drei Preise bekommen. Und das ist für uns ein ganz, ganz wichtiges Thema und auch für uns sicherlich ein Schlüsselfaktor, wie wir auch unseren Mitarbeitern, die derzeit bei uns beschäftigt sind und natürlich auch, um die Attraktivität für uns, auch für die Bewerber, für die Kandidaten, die sich bei uns bewerben, noch attraktiver zu machen, als wir an sich schon sind. Wir haben ja noch viele, viele andere schöne Sachen bei uns. Aber das ist ein ganz wichtiger Prozess und auch ein Meilenstein in die Zukunft, wo wir einfach auch sagen, das ist wichtig, irgendwo diese Sachen zu digitalisieren, um dort strukturierte Prozesse einfach implementiert zu haben, weil das am Ende des Tages im Endeffekt jedem einzelnen Mitarbeiter, sage ich jetzt mal, vom Straßenbauer, vom Tiefbauer bis hin, sage ich jetzt mal, zum Management, sicherlich ein großer Meilenstein ist, der auch die Arbeitsbedingungen massiv verändern wird und auch vor allen Dingen verbessern wird auch in diesem Sinne, was du auch gerade gesagt hast. Und ich glaube, darum sind wir auch eben auch ein sehr attraktiver Arbeitgeber. Unsere Partnerländer, oder ich sage es mal, wir sind ja, unser Konzern, Mutter sitzt ja in Frankreich auch schon wesentlich länger am Markt als wir. Und dort werden diese Sachen schon sehr, sehr erfolgreich auch durchgeführt. Und wir haben jetzt, wie gesagt, arbeiten auch schon seit längerer Zeit, jetzt auch hier in Deutschland bei uns an diesem Programm und diese Prozesse eben zu automatisieren. Und was man dann eben auch nicht vergessen darf, es dient auch eben auch unserer Kundenzufriedenheit. Auch die Anforderung seitens der Kunden und Auftraggeber ist immer, diese Seite ist auch nie zu vergessen, natürlich auch nie außer Acht zu lassen. Und uns geht es einfach um die Zufriedenheit und auch das Optimale, den optimalen Output für unsere Kunden, für unsere Auftraggeber. Aber genauso, wir könnten das auch nicht ohne unsere Mitarbeiter, geht es uns natürlich auch um die Zufriedenheit und auch natürlich auch entsprechend auch die Bedürfnisse auch unserer Mitarbeiter zu berücksichtigen. Und das ist, glaube ich, das, was wir jetzt angepackt haben, ein ganz, ganz wichtiger Meilenstein, also auch für die CSC Deutschland SE. Absolut, das geht ja auch immer Hand in Hand. Richtig gute Mitarbeiter, die möchten in einem Unternehmen arbeiten, welches erfolgreich ist und dementsprechend auch zufriedene Kunden hat. Und Kunden, die zufrieden sein möchten, die möchten ja nicht von demotivierten Mitarbeitern betreut oder auch mit denen zusammenarbeiten, die vielleicht am liebsten schon nach der Mittagspause gar nicht mehr wiederkommen und die Baustelle so stehen lassen. Das geht natürlich immer Hand in Hand. Und du hast auch nochmal einen sehr, sehr wichtigen Punkt angesprochen, nämlich dieses Thema interne Kommunikation dieser Vorteile. Weil gerade auf oder auch gerade durch auch Social Media Recruiting sehen natürlich Bewerber genauso wie über Servicefahrzeuge immer mehr Möglichkeiten zu wechseln. Du hast mich ja sogar vorher nochmal angesprochen. Sollen wir da eine Überleitung dazu zu Social Media ziehen? Ich finde, das muss man natürlich auch immer wieder beleuchten. Die eigenen Mitarbeiter, selbst wenn man selber Social Media Recruiting betreibt, sehen auch die Anzeigen von anderen Unternehmen und vergleichen dann natürlich auch, wo steht eigentlich mein Arbeitgeber am Markt, wo man natürlich auch gerade bei 1900 Mitarbeitern mit der Kommunikation der eigenen Vorteile auch eigene Mitarbeiter mal aufzeigen kann. Bei uns habt ihr das und vergleicht das mal mit dort. Schaut euch das mal an und überlegt vielleicht das nächste Mal nochmal, wollt ihr auch nochmal auf eine andere Anzeige klicken. Also einfach die Arbeitgeberidentifikationsgrundlage erhöht und darüber halt auch Mitarbeiter gut binden kann, wenn man diese ganzen Sachen natürlich auch bietet. Weil wenn das nicht der Fall ist, dann passiert natürlich genau das Gegenteil. Absolut, Maxi. Ja, da bin ich ganz bei dir. Ich meine, da weißt du, da schlagen ja auch immer alle Lampen bei mir an oder alle Lampen gehen bei mir dann an im Bereich Social Media natürlich jetzt, um das jetzt zu sagen. Nein, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt heutzutage. Auch da hat sich natürlich die Branche oder auch der Wettbewerb oder auch der Markt natürlich sehr, sehr stark verändert. Also wir alle kennen noch, also die im Personalbereich tätig sind, ganz klar, früher wurde das Wochenendblättchen aufgeschlagen oder die Tageszeitung oder bekannte Tageszeitung aus der Region aufgeschlagen, wenn du also im Endeffekt einen Job gesucht hast oder als Personaler im Endeffekt eine Stelle ausgeschrieben hast. Sag ich jetzt mal, das hat sich genauso wie die Technik sich sehr, sehr schnell weiterentwickelt hat, also wie zum Beispiel das Handy oder Mobiltelefon, so hat sich auch dieser Bereich im Personalbereich oder Stellenanzeigen natürlich sehr stark weiterentwickelt. Und man kann sagen, auch hier hat es eine ganz starke Verschiebung, also auch im ganz weit hohen zweistelligen Bereich gegeben. Die klassische Stellenanzeige, würde ich frech weg behaupten, ist heute nicht mehr aktuell, sondern der größte Teil, sag ich jetzt mal, der Kandidaten, die sich auch bei uns bewerben oder auch bei den Mitbewerbern, das läuft heute alles über Social Media. Aber das ist nicht nur die reine Stellenbeschreibung, wie du heute sagst, in Social Media, sondern genau das, was du gerade gesagt hast. Ich muss als Arbeitgeber oder auch als Unternehmen alle diese positiven Sachen, die ich habe, also zum Beispiel wir als CC haben auch eine eigene Akademie, an der wir ausbilden, an der wir weiterbilden, an weiteren Standorten wird auch aufgebaut. Das heißt, ich muss dem Kandidaten heute einen entsprechenden Mehrwert präsentieren, dass er letztendlich sagt, Mensch, ich sage mal nur jetzt zum Beispiel die CC, das ist das Punkt hier, das sind die zwei Punkte, die haben die einfach mehr auf der Pfanne irgendwo und darum gehe ich zu denen. Was aber uns auch wichtig ist eben auch, dass wir uns als Unternehmen auch in Social Media präsentieren, nicht nur die einzelnen Stellenbeschreibung, sondern sicherlich auch, sage ich jetzt mal, dass das Unternehmen eben sehr viel Positives eben zu bieten hat und es läuft heute alles über Social Media. Also ein Beispiel, wir haben einen der stärksten Beiträge jetzt vor kurzem auf LinkedIn gehabt, weil wir einem Kindergarten also mehrere Tonnen Sand gespendet haben gespendet haben und das war einer der Beiträge in Social Media, der am meisten geliked worden ist und auch am meisten geteilt worden ist und ich glaube, das ist heute das, was auch den Bewerber auch mitreißt und der sagt, das ist ein Unternehmen, das verkörpert auch meine Werte und ich glaube, das ist eben ganz, ganz wichtig, dass wir eine Identifikation für den Bewerber, für den Kandidaten schaffen, egal für welchen Bereich, ob es kaufmännisch, ob es gewerblich ist, sondern wir müssen die Werte und das ist uns ganz, ganz, ganz wichtig, wir haben auch zehn goldene Regeln, die das auch beinhalten, dass wir diese Werte nicht nur vorleben, sondern auch, wer soll das wissen, sondern diese Werte auch entsprechend kommunizieren und das ist eben was und das habe ich jetzt selber bei mir in der Abteilung gemerkt, also bei den Kandidaten, die wir auch in den letzten Wochen eingestellt haben, das sind alles Mitarbeiter aus Managementpositionen oder auch eben aus Kaufmanagementpositionen, die alle gesagt haben, ihr habt die Werte, die ich selber im Moment für mein Leben einfach gut finde und darum habe ich mich für euch entschieden. Das heißt, der Kandidat identifiziert sich über Social Media mit den Aussagen, die du dort im Endeffekt vermarktest, will ich jetzt nicht sagen, ist das falsche Wort, sondern die du dort präsentierst und dich als Arbeitgeber präsentierst und wenn diese Werte mit dem Bild deines Bewerbers übereinstimmen, hast du die größten Chancen, heute einen guten Kandidaten bei dir einzustellen und das ist das, was sich eben auch gewandelt hat, die Menschen gucken, was für Werte signalisiert dieses Unternehmen einfach. Es geht nicht nur um den reinen Job inzwischen, sondern auch um eine Einstellung, um eine Haltung im heutigen Leben und das ist eben auch, was sich auch noch sehr stark geändert hat. Vollkommen richtig. Ich glaube, zum Abschluss hätte ich das gar nicht besser zusammenfassen können, weil letztendlich, egal wie sich der Bewerbermarkt entwickelt, egal ob er sich auch mal zu anderen Zeiten wieder anders entwickelt, egal ob verschiedene Dinge einfach nicht mehr so weitergeführt werden können, es sind immer Menschen auf der anderen Seite und Menschen wollen halt irgendwo Menschlichkeit und die möchten auch sehen, dass der Arbeitgeber diese Menschlichkeit mitbringt in Form von einem Fokus, den man dann da vielleicht auf hilfsbedürftige Menschen hat, in Form von Leadership, in Form von verdienten Gehaltserhöhungen, in Form von Teamkonstellationen und auch im Bau sind Werte wichtig, auch wenn man da sehr, sehr häufig vielleicht gar nicht daran denkt, aber auch da ist das ein wichtiges Kriterium, nach dem man schaut und diese Werte werden ja nicht nur in diesen goldenen Regeln, die immer vielleicht auf einer Homepage auch mit verankert sind, wieder gespiegelt, sondern vor allem in dem zwischen den Zeilen, was sich dann halt auch widerspiegelt, durch den Content, den man veröffentlicht, durch die Art und Weise, wie man darüber berichtet, durch die Art und Weise, wie ihr in eurem Recruiting-Team diese Themen vorstellt, das sagt ja noch mal wesentlich mehr aus, als die zehn goldenen Regeln, sondern ob sie auch wirklich gelebt werden. Definitiv. Und das hast du sehr schön zusammengefasst und genau das ist es eben. Diese Werte, die muss man eben auch vorleben und auch leben und das ist eben wichtig, dass wir diese Nachricht transportieren und dass wir eben auch transportieren als Unternehmen, das sind wir und ich selber kann aus eigener Erfahrung sagen, wir haben eben flache Hierarchien, wir haben ein Management, was immer ein offenes Ohr hat für alle Sachen und ich glaube, das ist eben auch moderne Unternehmensführung heute, das ist auch moderne Mitarbeitergewinnung heute, dass man transparent, authentisch ist und eben auch eine Haltung im Leben eben auch kommuniziert und auch transparent eben auch ist und so, glaube ich, wird es auch die nächsten Jahre einfach weitergeben und wir sind da eben sehr drum bemüht, eben auch zu zeigen, dass wir das sind, dass wir das können, dass wir das vertreten und freuen uns natürlich über alle Mitarbeiter oder zukünftigen Mitarbeiter, die das genauso sehen und die das auch gemeinsam mit uns entwickeln und ich möchte auch an dieser Stelle nochmal betonen, es ist ein Teamwork, es ist eine Win-Win-Situation für beide, sowohl für den Kandidaten als natürlich auch für uns als Unternehmen, aber es soll eine Win-Win-Situation für beide Seiten sein, auf der anderen Seite tolle Arbeit in einem tollen Unternehmen, was einem eben die Möglichkeiten auch bietet, auch sich persönlich weiterzuentwickeln, auch vorzubilden, aber auch, das muss ich auch selber, ich bin selber, habe selber eine Familie, es muss auch vereinbar sein mit der Familie, auch mit den Freunden irgendwo und ich sage es mal, wenn das alles eine gewisse Balance hält und dann stimmt auch alles und man die Entlohnung stimmt und sage ich jetzt mal, es ist eine Win-Win-Situation ist, dann sind am Ende des Tages auch alle glücklich. Das einmal als kleiner Einblick über die Denkweise, die man am heutigen Bewerbermarkt noch mehr an den Tag legen muss als je zuvor, das heißt, das, was man intern lebt, auch vor allem extern zu kommunizieren. Rund um unsere Zusammenarbeit geht es nochmal in einem weiteren Video, das wird dann auch in wenigen Wochen nochmal veröffentlicht, da schauen wir einmal, was haben wir bisher in der Zusammenarbeit gemacht. Ansonsten, vielen Dank, dass du heute da warst. Danke dir, Max. Vielen Dank hier auch einmal, dass du bei uns mit einem Podcast-Tisch saß und dann freue ich mich auf die nächsten Monate mit euch. Vielen Dank, Max. War auch wieder schön, hier bei euch zu sein und ja, herzlichen Dank und gerne jederzeit und wenn ihr neue Einsichten in den Arbeitgebermarkt braucht oder Arbeitnehmermarkt heutzutage, stehe ich euch immer gerne zur Verfügung und uns freut es nach wie vor und auf weiterhin gute, erfolgreiche Zusammenarbeit. Du bist auf jeden Fall wieder mit eingeladen. Ansonsten, wenn für jemanden das Thema Recruiting oder Employer Branding interessant ist, der gerade hier zuhört, dann gerne einmal auf unserer Homepage vorbeischauen, krüger-personal.de und ansonsten bis zum nächsten Video oder Podcast. Bis dann. Ciao. Ciao.